recht herzlich willkommen zur 59 folge von stelares ja die invasion ist zu gange wir sind ziemlich schlecht dran vor allem in der nähe invasion kennen wir schon das ist hier auf dem wir schreiben sogar okay und dann haben wir hier hungersnot ist auch klar negative bilanz bleibt nicht aus unruhen sind überall inaktive gebäude haben wir auch da läuft schlecht dem ist prime wird halt in basiert das heißt wir haben auch hier unser sag schon wo sind unsere flotten links der monster konstruktionsschiff das ist konstruktionsschiff kriegen wir da die flotten erstmal weg das mal laufen ich bin mir nicht ganz so sicher könnte sein dass die flotten dann wenn die in dem sektor sind oder beziehungsweise in der sache schon hier drunter sind dass die dann auch mit verloren gehen da bin ich mir jetzt nicht sicher also lassen wir die erstmal fleck fliegen nee die wollen schon gar nicht mehr fliegen oder was ach das ist gar nicht unseres ne alles klar okay damit ist das geschichte die miss crime hat sich selbstständig gemacht und unsere welt zerfällt ja ist so ne die flotte ist noch weg das heißt das geht noch mal gerade so vielleicht system ist nicht mit sektor verbunden okay im einsatz vermisst und die in der nähe anführung verstorben okay da wollte ich nicht hin die sind schon mal da planeten ja holen wir noch einen rein geht das ja wieder gehen kann das aber auch gucken dass wir den kann man den sektor verlegen ich weiß es nicht da ist jetzt die heimatwelt der planet wo wartier wird noch kolonisiert ok versammlungspunkt blödsinn gehe zu das war's und er ist da okay das ist da irgendwo nirgendwo den lassen mal weiter kolonisieren erst ja vermindete flotte ist denn hier unser verbündet ok also reitera ist weg die miss prime ist weg ja dann wird das andere hier auch nicht lange dauern dass das zerfällt tschuldigung hier oben sektoren für den ressourcen machen wir so dass die erst mal wieder geld haben essen wird jetzt da oben zum glück ein bisschen besser da können wir jetzt auch nichts machen die großen sektoren sind dann also die großen kloppen sind nun kaputt na die großen planeten flotten was erzähle ich na ja ne galaxi karte war schon richtig wollte ich rein so ein bisschen raus so aber nicht so viel haben wir denn schon fertig was es sitzt nicht jetzt warte mal der ist das hier na ach so wir sind noch dabei da sind es nur noch achte minus da ist unsere basis haben wir denn hier einen raumhafen schon gebaut space station frühe raumstation ach so das sind gar nicht wir glaube wir sind hier ok konstruktionsschiff kommt dann hier hin hin bewegen und terraforming müssen wir hier mal den raumhafen bauen dann können wir aber nicht weil was fehlt das würde gehen so müssen erstens startmodul ausnehmen dann bauen die das da gucken wie lange das gut ist na das sieht schon komisch aus na ja unsere flotte steht hier unten noch können wir ja mal hier hoch schicken erst mal so und dann wollen wir gucken wie es weiter geht der planet dauert noch das ist ein sektor das ist ein sektor verwalten mehr geht nicht oder wirklich dass der andere sektor da oben ist klar da geht auch was wächst hier noch okay das können wir erst mal so stehen lassen schließen und dann wieder rein und je nachdem und was wir da noch machen können da ist aber nichts machbar keine grünen in der nähe also passt das so dann kann man auch drinnen bleiben ist plötzlich ja und zwar wollte ich mal hier die forschung laufen lange was ist das für eine meldung dem beleidigt ist halt jetzt egal erstmal da wollte ich auch nicht hin achso es ist schon hier auch ne da genau so ich nehme minus 5 da ein das konto geht weniger machen wir hier sektoreinstellungen so hier oben ne machen wir den landwirtschaftlichen schwerpunkt raus und da auch muss sein so da kommen dann noch die bösen und auch keinen kopf mehr darum machen das war da oben noch eine beleidigung flottenbefehl erfüllt dann ist die flotte da oben wohl angekommen soweit so gut und das brauchen wir uns dann auch nicht mehr angucken gerade wie weit ist das schon fertig oder was gut sind jetzt da natürlich wäre besser allerdings da dass wir das da gleich ausbauen und da unten ist noch so einer ja gut das würde dann da erstmal funktionieren ja feindliche flotten was will ich machen ich habe da sowieso nichts zu ändern hier schließen wir bald zusammen aber naja das können wir nicht zusammenschließen weil zwei verschiedene sektoren sind also die fliegen da noch hin und haben wir da schon was das ist das konstruktionsschiff was da schon ist gut das ist gleich fertig das ist nicht mehr viel und die fliegen noch weiter hier ist auch irgendwie wieder randale da sind ganz viele andere die da wahrscheinlich eine invasion auch machen gleich ja da geht dann essen weg wenn es denn da läuft weiß ich nicht könnte auch sein dass sie vorbei vielleicht fliegen das ist klar aber das liegt gerade so um die null flotte entdeckt qualität hier sind nur noch sechs negativ ja wenn wir das mal beherrschen würden ja mit dem essen dann wird sich das ja auch alles ein bisschen besser ansehen ne dann werden die nicht alle so mies drauf und so invasion wo es findet die stadt obla ok das war da wo ich sagte na ist die nächste ecke negative bilanz invasion vorbei das ist auch klar gut läuft können wir nichts machen wir sind einfach zu schwach dafür ne gut andere sind da stärker und besser wir nicht konstruktionsschiff und müsste raumhafen raumstation verbessern auf level 3 gleich und dann können wir noch zwei korretten bauen hier geht dann nichts aber keine rohstoffe haben das kann der solar kollektoren netzwerk gleich aber einmal machen 68 wird das gleich sein ok weißer friede stimmen dazu dann immer das los friedensangebot geht nicht oh hier ist nur noch einer guck mal die 68 läuft die haben unser reich zerschlagen im endeffekt sind glücklich geworden schon oder ne ja das hier ist jetzt verloren worden der rest muss mal gucken wie wir das hinkriegen ne achso da ist jetzt 93 hier waren wir ne oder ne da war es und da wollten wir dann das bauen gut ist auch auf dem weg jo dann würde ich aber sagen soll es für die folge auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüüüüüß ios haben